Hallo zusammen, ich bin Adrian Keller, komme aus der Schweiz, aus dem Emmental. Ich bin 40 Jahre alt und fliege seit 24 Jahren Gleitschirm. Am Anfang war das Gleitschirmfliegen sehr interessant, aber auch ein Abenteuer. Wir haben schon früh angefangen zu strecken zu fliegen. Wir sind auch schon vor 20 Jahren mit 24 bis 25 Kilo hochgegangen und dann 6 bis 7 Stunden geflogen. Das hat mir sicher geholfen, in den Bergen die gewohnte Umgebung kennenzulernen und mich wohl zu fühlen. Die X-Alps sind für mich ein Traum. Das Rennen hat mich immer fasziniert. Ich möchte da eine gute Zeit haben, ein gutes Erlebnis und auf dem Floss landen und gesund wieder nach Hause kommen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020